Der ist jetzt einfach abgehoben, weil... Ja, der ist abgehoben. Ja, und ich hab zehnmal gesagt... What the fuck? Nein, 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 nein. Wir haben gesagt, wir fliegen jetzt los. Ich fliege jetzt los. Äh, Lukas, wo bist du gestartet? Äh, Tim, wo bist du gestartet? Ich bin auf der Offi... Auf der Official Runway gestartet. Ich bin auf der In-Official Runway gestartet. Fuck it. Dazu braucht man Flugverkehrskontrollen. Oh nein. Junge, dein Typ, dein Teil hat... Wie? Dein Teil hat doch Überschwellgeschwindigkeit, oder? Das ist Bullshit, da brauch ich drei Stunden länger hin. Ich bin nicht der Pilot. Wir kommen gleich... Ja, der Pilot, der hetzt hier durch die Gegend. Ja, der Pilot, der hetzt hier durch die Gegend. Äh, wie du hetzt hier? Wir hetzt hier. Wenn wir die Roadshake voll haben, kommen wir dir entgegengeflogen. Sagen dich ein, fliegen nochmal zum Horainfeld, wenn du vorkast. Dann machst du deinen voll und wir fliegen das super. Ich hab noch 13 Kilometer. Ja. 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 Ja.